Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Capture One. Heute geht es um Instagram bzw. wie ich meine Bilder für Instagram exportiere bzw. wie ich die Bilder darauf vorbereite, dass sie super gut dargestellt werden. Gleich nach dem Intro geht es los. So, nachdem es heute auch ein bisschen um Instagram geht, ich blende hier meine Instagram-Accounts ein. Bei den einen geht es mehr um Capture One, bei den anderen um meine normalen Arbeiten als Portraitfotograf. Könnt mir hier folgen und ich möchte bei den nächsten Videos auch gleich so machen, dass ich die Instagram-User der Woche präsentiere. Das heißt, ihr müsst nichts weiteres dazu tun, außer, dass ihr mir einen ehrlichen Kommentar unter meine Videos schreibt, mir auf einen der Accounts folgt, die Benachrichtigungen einschaltet und davon einen Screenshot macht und den mir als Privatnachricht schickt auf Instagram. Dann werdet ihr beim nächsten Video eingeblendet mit Namen und mit einem Screenshot von eurem Instagram-Feed. Kommen wir zum Thema. Ich habe hier ein Bild vorbereitet für euch und da werde ich gleich eine neue Variante klonen, weil ich bei Instagram-Fotos ein bisschen auch zuschneiden muss, damit das auch so dargestellt wird. Am besten wieder bei Instagram ein Bild im Hochformat dargestellt, weil es ihn größtmöglichen Platz einnimmt. Und da brauchen wir ein 4 zu 5 Format. Wir haben hier 1.350 mal 1.080 Pixel Platz. Das heißt, ich muss hier mal umstellen auf meinen Rechner, damit das auch so passt. Das heißt, ich nehme das 4 zu 5 Format, schneide mir das Ganze eben zu, wie ich das haben möchte. Dazu nehme ich mir gleich auch den Raster dazu, weil ich schon ein bisschen auch auf die Bildgestaltung achtgebe. Das heißt, ich habe hier beim Raster die Möglichkeit, den blende ich mir hier auch mal ein. Ich habe hier die Möglichkeit, dass ich mal drei verschiedene Typen einstelle. Das heißt, der Drittelregel, goldener Schnitt oder die Fibonacci Spirale. Und so arbeite ich mich hier durch und kann jetzt schauen, okay, wie sollte ich einen Schnitt setzen, dass das dementsprechend auch noch ästhetisch ausschaut. Dazu gehen wir mal das Ganze durch. Ich habe hier die Fibonacci Spirale und wenn man sich das Ganze jetzt so ansieht, dass ich das Ganze auf das Auge setze. Und wenn ich mir das Ganze im Kleiner darstelle, dann habe ich zwar, okay, nach der Bildgestaltungsregel richtig, weil es aufs Auge eben gesetzt ist, aber die Fibonacci Spirale funktioniert nicht überall. Bei diesem Bild wäre am besten für mich ein Rechtegig oder der goldene Schnitt. Und da schaue ich gleich einmal. Ja, gehen wir auf den goldenen Schnitt. Auf die Haare da oben pfeifen wir mal. Und das passt so weit. Gut, das wäre mal vom Zuschnitt her. Wenn der Zuschnitt passt, dann können wir weitergehen in unsere Exportvorgabe. Und da erstelle ich euch mit euch eine mit. Die nenne ich jetzt einfach Instagram Hochformat. Bestätige das. Und dann gehen wir die ganzen Verarbeitungsvorgaben hier mal durch. Wir haben eben die Möglichkeit das Format einzustellen. 100%. Gehen wir runter auf sRGB. Das wäre hier wurscht. Und dann gehe ich weiter auf die Skalierung. Lange Kante. 1.350 an meiner langen Kante. Und dann weiter in den nächsten Tab. Unterordner Instagram Hochformat. Passe mir das Ganze an, indem ich das nachschärfe. Nicht zu viel. Metadaten können wir bei Instagram ausblenden. Und Wasserzeichen benutze ich eigentlich eher weniger. Weil ich auch finde, dass das ein bisschen das Bild zerstört. Die Ästhetik vom Bild und so weiter. Das war es zur Verarbeitungsvorgabe. Die können wir hier wieder reingeben. Und ich kann das Ganze schon exportieren. Wieder da oben hin. Exportieren. Ja. Wie gesagt, macht euch eine weite Variante. Dass nicht das Bild immer so zugeschnitten ist im 4 zu 5 Format. Bei Instagram funktioniert es natürlich. Aber ich finde, man sollte jetzt nicht das auf jedes Bild anwenden. Ich finde, bei manchen Bildern ist das auch in einem größeren Format ganz gut. Ich plantiere das bei beiden Bildern nochmal ein. Die erste Variante wäre zum Beispiel für Facebook. Da kann man das eben größer darstellen. Oder in einem anderen Schnitt. Und bei Instagram gehe ich eben auf das 4 zu 5 zurück. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke, wenn ihr weitere Benachrichtigungen haben wollt. Zu neuen Videos. Und vergesst nicht. Ich habe am Anfang des Videos gesagt. Schaut auf meinen Instagram Accounts vorbei. Folgt mir da. Aktiviert die Glocke. Und macht das so, wie ich es am Anfang gezeigt habe. Schickt mir einen Screenshot. Und beim nächsten Bild werde ich den User der Woche präsentieren. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video.